Ich weiß gar nicht, was du meinst. Den klaut keiner. Der muss in die Werkstatt. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Möchtest du? Die sind bei dem Meeting übrig geblieben. Ähm, Casual Monday. Du, Richard? Ich, Brigitte. Uh, danke, ich hab keinen Hunger. Was ist das? Hälbchen. Falsch, das ist ein Kündigungsgrund. Mein Gott, das ist doch lächerlich. Wollen Sie mich an der Stelle testen? Und die Dinger werden eh Müll gelandet. Dann entsorgen Sie sie doch. Sie sollten sowieso ein bisschen weniger essen. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Haben Sie vielleicht Lust auf Sushi, aber nehmen Sie nicht diese grüne Soße, die ist wahnsinnig scharf. Oh. Ich dachte, vielleicht so als kleine Wiedergutmachung, weil Sie mir die Unterlagen gebracht haben, die ich unbedingt noch brauchte. Aber halte ich Sie da nicht von der Arbeit ab? Wissen Sie, eine bessere Ablenkung kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Okay. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. �